Ja, hi, also ich komme gleich von New York, bin jetzt seit zehn Monaten wieder in Deutschland, hab die letzten fünf Jahre in New York verbracht, hab dort gearbeitet, bin wieder zur Schule gegangen, unter anderem, naja, so wie Gott halt wollte, ist mein Visum abgelaufen, leider, bin wieder in Deutschland und mach jetzt bei Karriere in Moor mein Handelsfachwirt, unter anderem dann mein Betriebswirt, um wieder nach New York zu gehen und dort Karriere zu machen und ein besseres Leben in der Zukunft zu haben und einfach, keine Ahnung, meine Träume zu verwirklichen.